ich hab ne ganze wand aus 16 öfen irgendwie haben wir viele öfen fällt mir so auf braucht man ja auch aber ich glaube kohle und redstone habe ich noch aber ich nehme einfach mal die hälfte der kohleblöcke wenn du nix dagegen hast ja komm das läuft sind 21 das ist ja ich war ich war ich weiß nicht wie viele stacks kohleblöcke ich mal fahren war ein paar also wenn du wenn du bock hast mir zu helfen bei dem bei meinem inselbauprojekt das ja noch ansteht ich nehme jede hilfe dankend auch wenn es kein danke ist ich hab selbst genug zu tun also wer hätte irgendwann schon noch helfen nur jetzt muss ich erstmal Autsch, 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 Scheiß Zombies Nerven, ne? Weißt du was ekelhaft wäre wenn die irgendwann einführen würden dass wenn du an der richtigen Stelle von einem Pfeil getroffen wirst dass du dann sozusagen negative Effekte drauf kriegst wie beispielsweise im Kopf kriegst du einfach mal Blindheit weil provisorische Augentreffer wenn du ins Bein getroffen wirst kriegst du Slowness wenn du Brust getroffen wirst kriegst du irgendwas anderes Bluten Genau, Bluten Ja was würde Blindheit denn das auslösen? Nur so nebenbei schwarz hat ein Blackscreen oder was? Nein, es gibt die Einstellung äh es gibt ja den negative Effekt äh Blindheit schon Ja echt was macht denn der? Ja der macht das so einen schwarzen du hast echt eine verringerte Sicht die ist noch ekelhaft Ah so wie wenn du unten ähm beim 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 ja nur schlimmer Ok krass wusste ich gar nicht dass es sowas gibt Ja es gibt vieles Ja das weiß ich aber auch dass es vieles gibt Sowas hat mir Oma Theresa auch schon gesagt Ich glaube in Minecraft gibt es vieles was einfach nur dich abfacken soll Enderman zum Beispiel Ja die zum Beispiel Aber ich freue mich wenn jetzt wenn jetzt ein Zombie oder irgendwas vorbeikommt Ein Skelett am schlimmsten dann ballert der mich perfekt runter Deswegen habe ich auch zum Beispiel nur zwei Level damit ich mal in meiner Insel hier nix irgendwie Boah John sollte echt hier verfickte Picke geben Boah das nicht raus der hat er irgendwann auch auf dem Deckel Ne ich habe nur eine Effizienz Picke Ja John hat die Potsamkeits Picke von mir noch Ähm Was brauchen wir da nochmal alles für ein Charting Table Weil ich will da hier oben auch noch hinstellen dann muss ich nicht immer 5,5 Kilometer laufen Nochmal was? Ähm Ich bin überlegen ob ich mir noch einen Charting Table irgendwo hier oben rein facke Ich hab noch eins ich hab noch eins Frag nicht frag nicht Aber warte mal ne ich hab doch keins mehr Äh ja mach das mal Kann man durch das durchbauen Warte ich brauch Stein Nein Man kann durch Portale durchbauen Aber das dauert länger als Wenn du Obsidian abbaust Ja viereinhalb Minuten Nein Achso ne du kannst Obsidian abbauen mit äh mit der Hand Das geht Ne ich mein ich baue grad einen Stein ab durch ein Portal durch Achso ok Ah Und das geht Ja Wusste ich gar nicht Oder Nein es geht gar nicht Ich glaub du baust nichts ab Du baust dann das Portal ab Aber das geht nicht Irgendwie sowas So Dann verbessern wir mal jetzt mein Das Problem ist der Raum ist nicht symmetrisch ich brauch zwei ein Charting Table Zwei Zwei Ja Äh ich weiß nicht ob ich acht Ob ich acht ähm Obsidian habe Oder ich mach die eine Seite zum Dingsbums Raum zu nem Brauraum Und die andere Seite zum Enchanting Raum Ja du kannst den Amboss Du kannst ja auch nen Amboss nehmen anstatt nen Enchanting Table ein zweites Und auch wieder Ah ich hab noch nen Amboss hier oben stehen Ich hab auch nen Amboss also so nen Brautis nicht Ah ok Ich brauch jetzt wieder Closedown Ich muss schon sagen weißt du wir Ich denk mal wir haben Wir haben irgendwie so voll Voll viele Ressourcen im Vergleich zu allen anderen Weil wir so fucking oft Farmen waren Oh ich glaub ich hab kein Closedown mehr Ich hab noch 40 Stück Letztes Closedown irgendwo hin verschwendet Ja ich hab das Obwohl ähm Nö das ist nur ein Instinct Closedown Der Closedown Dust reicht nicht Ich hab noch 40 Stück wenn du willst Ach hier ist nochmal Closedown das ist gut Dann hab ich schonmal zwei Blöcke Gut Schonmal zwei Blöcke Closedown das ist schonmal etwas Kriegt man mit der Glücksspitzhacke Ähm mehr Closedown Dust draus wenn man draufhaut Ähm ich glaube knapp nein Keine Ahnung Sonst könnte man sich Closedown einfach ähm Unendlichkeit Mit der Spielhutsamkeit Picke Closed und Abbauern ist klüger Dann kriegst du halt direkt einen Block raus der halt immer 4 wert ist Ja Glaub ich auch So jetzt überlege ich gerade wie ich das mache Das ist die Fläche Ähm Also ihr seht's ähm Ich kann meine Insel ja in In vier verschiedene Richtungen weiter rüber ziehen Oder mehr mehr Richtungen sogar Soll ich sie mehr über deine Brücke ziehen oder mehr in die andere Richtung Wie meinst du jetzt zu meiner Brücke Ja ich kann ich verlängere die Insel ja in eine Richtung Ungefähr So die wird ja nicht kreisrund so hoch gehen Ich verlängere die mehr in eine Richtung Da könnte ich natürlich Achso du willst Hügel und so weiter reinwasseln oder die Achso nicht ich hab schon in die Richtung von deinem Turm gemacht Ja dann bleibt das so Wozu fragst du dann eigentlich? Ja ich hab grad mich selbst gebrainfuckt So jetzt überlegen wir mal Ich bin klug DÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ Richtung deines Turmes mehr hinziehen. Ja, so ein bisschen, dass wir da eine Verbindung haben. Dann kannst du dich auch, sozusagen, damit alles richtig schön connectet ist. Ich mag connectete Minecraft-gebauten. Okay, weil dann... Ich hasse es, wenn Leute an 50 Ecken und Enden bauen. Bist du noch in der Oberwelt? Ja, ich bin in der Oberwelt. Dann komm mal kurz auf mein, auf mein, auf die Insel hoch. Kurz. Warte, warte. Wenn ich das... Ja, ich würde deinen Turm echt dann, ähm, ich würde in deinem Turm, äh, was benutzen wollen, ähm, was mir wichtig wäre. Wäre da sowas von Wasserfahrstuhl reinbasteln. Äh, nein, ich würde was anderes reinmachen. Also, in deinem Turm sowieso kein Wasserfahrstuhl. Dann würde ich dir helfen, ähm, dann würde ich nämlich den Wasserfahrstuhl unter meiner Insel wegmachen. Dann würde ich in deinen Turm erstmal einen Aufzug für Items reinmachen mit, äh, ich weiß nicht wie vielen Droppern. Äh, die halt immer nach oben... Geht das nach oben? Ja, das geht nach oben. Du kannst Dropper nach oben zeigen lassen, dann schiebt er das immer in den nächsten Dropper. Ja, immer hier das Hühnchen hinkommt. Na, ich habe eh keine Ahnung, wie die Hühnchen überall hinkommen. Also, da haben eh zu viele. Ähm, und dazu noch ne, ähm, einen Aufgang in deinen Turm nach oben halt mit, ähm, mit Microsoft-Lohen. Nein, so einen hasse ich. Weil der, der ist halt mega schnell. Muss man immer nur Rechtsklick drauf machen, oder? Eben. Achso, dann, okay. Dann kommst du halt mit, keine Ahnung, 20 Klicks bist du ganz oben. Mhm. Und bist, wenn du da ganz... Ja, es sollen halt ein paar Zwischenetagen reinkommen, wo dann immer so ein kleiner Ring drum rumkommt, dass man eben auch noch so weitere Zinnen hat, dass der Turm so eben nach und nach so richtig düster wirkt. Wir müssen sehen, was draus wird. Also, ich werde irgendwann eine Skizze machen und die da auch mal schicken. Du kannst es ja so machen, dass du halt, äh, einen Aufgang, keine Ahnung, von fünf, fünf Luren machst. Dann muss man, keine Ahnung, zwei Blöcke, äh, muss man jetzt nicht, äh, los, äh, muss man da hochgehen. Ich dachte, die soll hier hochkommen. Ich bin oben. Oh, dann haben wir Besuch. Wahrscheinlich ist das Gianni. Ja. Wo steht denn der? Unten. Da unten. Ja, ähm, kann man kurz, hier, ähm, hier so, also nicht auf das Teil drauf, weil sonst kann man ja auch runterschießen. So, hier. Ähm, dann würde ich überlegen, ob ich die Insel eben hier, äh, weiter, weiter expandiere in die Richtung. Also hier. Der wird definitiv nicht so hoch, der Turm. Ich sehe den jetzt erst im ersten Maße bei Tageslicht. Der ist doch wirklich schon extrem hoch. Ja, ich würde halt auch, ich würde halt eben den. Ähm, du könntest, oh, das wäre die Idee, du expandierst die Insel so weit darüber, dass sozusagen der Turm durch die Insel ein bisschen durchgeht und sozusagen über die Insel ein bisschen hinausragt. Ja, das können wir natürlich machen. Dann bräuchte halt. Dann haben wir sozusagen einen Schornstein, dass das sozusagen die Halterung ist und dann baue ich da oben Gottes Palast hin. Also mein Palast. Ja, das, das geht auf jeden Fall klar. All hell to the truth. Dann, dann hast du sogar unten die Hölle und oben den Himmel. Ey, guck mal, wir könnten voll in das Feld reinhüpfen von hier. Ja. Ist ja voller YOLO-Akt erwarten. Ey, wir könnten dann sogar machen, weißt du, für dich wäre das perfekt, Alter. Du hättest den mega Mighty-Teil. Du hättest halt unten die Hölle und oben den Himmel. Ja. Mega, geil. Geist vor. Okay. Äh, weißt du, dann würde ich halt, dann würde ich halt... Dann zieht doch von hier meine Ofenwand. Ja. Einfach mit reinhüpfen. Du musst da, ey. Hallo oder sowas. Hallo, geil. Hast du nicht Optifine drauf? Äh, nee, ich glaub nicht. Ich glaub nicht. Nee, ich hab's rausgemacht. Ähm, dann würde ich halt... Du hättest wieder reingefrefft und ich muss da haben. Bisher läuft's echt gut. Puff, Absturz. Nein! Nein, Spaß. Dann würde ich halt gucken, ob du mir helfen kannst. Dann würde ich die Insel auf jeden Fall hier in die Richtung der Ding weiter lang machen und auf der anderen Seite halt einfach diesen ganz normalen Standardring. Also einmal eins um drum, damit's halt wirklich in die Richtung von da hinten geht. Ja, du musst halt ein bisschen über meine Inseln, über den Turm dann drüber, über ihn auch sein. Lass ich die Höhe so, wie er jetzt ist. Ja, dann lass du das. An, nach und nach mich hochzuziehen. Ich werd immer nur mit den Steinen arbeiten und mit einer Spitzhacke aus, ähm, Holz wahrscheinlich einfach nur immer hochbauen und immer wieder runterspringen, um einfach zu sterben. Vielleicht spring ich auch immer wieder ins Wasser, vielleicht schaff ich das ja. Ja. Wir sehen ja, da drüben ist Wasser. Denkst du, wir schaffen's von hier in die, in die, in die Farm? Kann sein. Ja, ah, fuck, 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 fuck. Boah, Alter, ernsthaft? Ja, ja, nur kleiner Spaß. Kleiner Spaß, ha. Hast du Level verloren? Ich hatte ein Level, also... Ich verarsch' ihn kurz mal. Achso, er war Farmen. Äh, klar. Dann... Glück. Das lustige ist, dass ich sehe noch gerade die Person, ich glaube, es war Kubi. Nee, es war Can. Oh. So, da noch und da. Aber, ich hab alles eh wieder. Also somit alles vollkommen töfte. Und Kohleblock blendet echt so extrem lange. Ja, für, ähm... lange. So. Einmal 64, Netherböcke. Oh, ich muss noch too many Items reinhauen, ey. Too many Items bringt einfach, dass ich einfach shifte und draufdrücke und buff, ist es alles im Momentar. Das ist so praktisch. Äh, ach, ähm... Du wolltest ein Enchantic Table machen, gell? Hast du noch eins? Was? Hast du noch eins oder soll ich schnell eins machen für dich? Ich hab keinen mehr. Ja, weil dann würde ich eins machen. Also, dann würde ich gucken, ob ich hier, äh... oben, ob sie dann, äh... geschissen krieg. Müsste klappen. Hab ich einen Wasserspawner? Ah! Doch, ich hab einen Wasserspawner hier. Klar. Man sollte echt auch solche Kisten in dem Einfüllen, die nur Multiplayer scheinbar sind. Und zwar spezielle Ender Chests, die Team gebunden sind. Sozusagen jetzt so eine Verbindung haben kann, dass du einfach eine Behutsamkeitspicke sozusagen beklaut legst, wo nur ich drauf zugreifen kann. Und du. Das wäre doch voll... Das wäre doch voll die chillige Idee, meiner Meinung nach. Wenn es sich mal auf den Sack geht, dann... Und was auffällt, ich sag eigentlich immer noch keine Musik an. Nimm nicht auf, aber ich hab keine Musik an, weil ich brauch meine Musik. Nimmst du ja nicht mehr auf, ne? Joa. Ja, sie kann jetzt Musik laufen lassen, die ich will. Mwahaha. Hab eben die, äh, vier Obsidian ge, gefarmt. Gefarmt. Warum hab ich ein Redstone mitgenommen? Ah, Stein. Stein, 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 Stein. Stein. Ich brauch endlich, ich hoffe, die tun endlich mal zwei Sachen endlich, ähm, wieder updaten. Und das ist, äh, Inftweaks. Möte dabei ist es, sí? Es ist, äh, Bibel zum Mitle.